Hallo und herzlich willkommen zurück zu SumCut und ein weiteres Video heute mit dem Spiel Art of Stunt und ihr hört es, es geht schon richtig gut los, aber wir müssen leider die Musik ausmachen, ihr wisst wie es läuft, äh leider kein Englisch, äh leider kein Deutsch, so, leider alles auf Englisch und ähm ja, ok, Grafik herkommen. Ultra, Ultra, das ist Ultra, ok, gut, ähm ja, ich habe keine Ahnung, es gibt hier wahrscheinlich, falls man das kennt mit diesem Autospiel, gab es damals so, ne, wo ein Auto hat, man muss dann so einen Hügel rumfahren und sowas, so ungefähr ist das auch, ähm, gucken wir mal, Vehicles, gibt es andere Vehicles, nein, ok, gibt es jetzt nur Motorräder, es gibt anscheinend nur Motorräder, ok, also, hat nichts mit Autos zu tun, ok, egal, so, also, ok, man muss sogar Vehicles auswählen, Select Arena, ok, und wir starten einfach hin, wa, so, ok. Ok. Oh, ich kann sogar springen, ist ja lustig. Ah, ok. Yeah, steck mein Kopf da rein, do, 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 okay. okay ich muss hier sozusagen okay also muss sogar durchpreschen okay gut next spaceschamp war falsche test ok er speichert sogar ab ok los geht's oh nein nein explodiert sogar gleich heftig und los geht's und nach vorne der dreht sich aber auch wie sau kopf ja schade er hat das gesehen profi profi das geht's weiter Oh nein Hoppala Nein, das reicht nicht Scheiße Das explodiert einfach gleich Juhu Hätte weiter Hoppala Dreh dich doch nicht Das dreht sich immer weiter Okay, aber man muss hier springen Komm, einen sauberen Abschluss Jawohl, zack, und nochmal Hoppala Abrennen, ziehen, springt immer so drüber Jawohl, zählt das trotzdem? Ja, trotzdem gezählt Hopp Oh, hey, nicht schubbel, du Kleiner Und Hä? Hoppala Wihuu Okay Okay Also manche Levels sind ein bisschen läppisch Aber okay, vielleicht kommt das noch Das wird bestimmt noch schwieriger Oh, alter Das tat bestimmt weh Hoppala Also das mit den Tränen Das ist echt Ganz schön Hoppala Oh, ich muss da sogar hin Oh, ich muss da sogar hin Da gibt's einen Stern Oh, oh, okay Nein, das hat nicht so ganz geklappt Ja, Profi Das war gerade richtig laut Aua Zack Einfach drehen lassen Jawohl Und nochmal Juhu Nach vorne Tue ich einfach, ob das gepunktet Aua Das tat bestimmt weh Aua Aua Okay Aber das Spiel Im Prinzip kennt man immer her Aua Aua Das explodiert einfach gleich Ne Das war ein bisschen Runter fällt Jippie Oh, die hat's mit voller Ne, wir dürfen ja gar nicht mit voller Au Hoppala Au Oh, da muss ich aufpassen Ja Aua Au 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 Autsch Oh, es tut bestimmt weh Wow, wow, wow Okay, bin gespannt Nitro hab ich sogar auch Oha Yeah Aua Ab in Kofferraum Ich fahr mit dem Auto weiter Aua Aua Okay Okay, wie soll ich das schaffen, ey Aua Okay, also ich muss langsam machen Zack So, und jetzt hier muss ich Ah, oha Der macht der kleine Wheelie Okay Los, hoch mit dir Jawohl Ah, oha Na Freund Schubbel Doch ja nicht Alles klar War wohl zu viel Nitro Ah, oha Okay Kann ich auch hier lenken Ja, okay Also man kann mit Tastatur und mit Pfeiltasten kann man es natürlich nach vorne und nach hinten machen Aber bringt auch nichts Also wenn der Nitro kommt, dann beugt er sich richtig nach vorne Hops Ab in die Front Heckscheibe Jawohl Oh, das war cool Nein Ich bin drüber gekommen Ich bin drüber Autsch Au, 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 au Shit Jawohl Jawohl Jetzt haben wir es doch Oh, zack Jawohl Jetzt haben wir es Profi Zack Junge Düse 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 Huff Was Ich war doch schon durch Okay Und weiter jetzt Juhu Aua Ah, nein Fahr doch Oh, Mann Juhu 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 Autsch Aber der beugt sich auch dann so Dann passiert einfach nichts mehr Autsch Also wenn das nicht wehtut, dann weiß ich auch nicht Ah, ich mach mal die falsche Richtung Okay, wir gehen mal nicht da hoch Aber es gibt auch keinen Keinen Zwischenspeicherpunkt Okay Gut Oh, wir zocken erst jetzt durch hier Au Okay, sonnlich Okay Krass Alter Oh, oh, oh Ist ja voll verwirrend hier Juhu Juhu Los geht's Mach Was Und wieder runter Und wieder runter Und Juhu Oh, das muss doch richtig wehtun, wenn man aufprallt, oder? Okay Okay, das war so klar, dass das nicht so gut ausgeht Und Haps Juhu War Bunnyhop Habt ihr das gesehen? Und Haps Und Haps Und Oh, das ist Rolltreppe Das ist ja mies Das war jetzt grad mies Komm doch hoch da, du Lump Zack Aua Wow 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 Okay, gucken wir mal, wie weit wir heute kommen, wa? Juppie Oha Mega Stunt Yeah Auf die Fresse Aua Das war mies Ja Fliege einfach ohne der Motorrad weiter Das war echt mies Autsch Und Die Stelle ist echt gemein Die vergesse ich aber auch jedes Mal Juhu Jetzt hat's geklappt Autsch Okay Aber er reißt Verreißt Er verreißt Sofort das Lenkrad Ey Das ist echt gemein Oh Da war doch Da war doch der Kopf schon Im Im Fahrzeug drin Ey Aua Ich stell mir das richtig vor Wenn man mit dem Helm so aufknallt Das muss doch richtig wehtun Oha Feuer Oha Und er mitten ins Feuer rennt Brennt Oha ey Ich hab's geschafft Okay Gut Yeah Das ist schon cool Ja Vom Feeling so Schon cool Ups Okay Oha Los rein geht's Da Was ist da dir los Oh 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 Jibbi Juhu Ich schaff's natürlich nicht Oh Im Stand einfach Mach da ein Rückzieher Okay Gut also Man muss hier ganz langsam fahren Aber den Schwung nimmt Und jetzt Los geht's Juhu Das war jetzt gemein Also wenn ich nicht springe Mach das nicht Muss genauer Zurich die Zeitpunkt springen Ups Oh das ist so gemein Ich fahr mit meinem Popo Oh man ey Ja komm Oh nein Der kann ja gar nicht mehr sterben Weil sein Kopf gar nicht Oh man Das ist echt lustig Los geht's Juhu Los jetzt Jetzt komm drüber her Okay Oh Ups Nein Genau Ich komm auch so irgendwie runter Das ist echt schwierig Das ist echt schwierig Aber Geschafft Und jetzt Los geht's Aber es kommen auch keine Speicherpunkte mehr Ne Das heißt du musst jetzt alles in einen Abwasch schaffen Aber Hat ja funktioniert Aber es ist mit Abstand echt das lustigste Spiel was wir je hatten irgendwie Aua Also das ist ein Multiplayer wird bestimmt auch richtig fetzen Das ist wie Tony Hawk hier skater aber wir können ja neue fahrzeuge kaufen so wie jemand zurück der neue fahrzeuge 9000 haben wir nämlich so 2000 3000 5000 8000 10.000 11.000 13.000 15.000 17.000 18.000 20.000 ok 20.000 das teuerste motorrad ist riesig oder wir kaufen einfach mal das nächste so zack oder das hier auch noch mal mal gucken ob sich da irgendwas tut so select arena krass okay sind 24 6 18 12 14 16 18 20 20 stage ist immer 20 40 60 80 stage sind ok ok krass einiges zu tun also wer wollte ich doch nicht durchspielen können ok es hört sich auf jeden Fall schon mal anders an und hat noch ganz andere an das handling das ist richtig aua also es lässt sich echt schneller lenken sage ich jetzt mal aua ja was super oh scheiße Okay, da brauche ich das Nito Ah, naiv Kabuff Nein, also es ist echt sensibel Ah, springt nicht genug, ne? Ah, jedes Mal verhaut er mir den Lenker, ey Hier auch Vielleicht muss ich da wirklich einen Stunt machen Ah, shit Jawohl, ah Okay, da muss ein bisschen mehr Speed kommen Jawohl Super, zack Jetzt haben wir es geschafft Also es ist irgendwie machbar Oha Bumpf, oha Was ist das denn? Alter Schwede Au Okay Das ist ja heftig Und wuhi Okay Also ich muss Ja, ist gut, komm Okay So, ich muss die mitnehmen Ah, das war nicht gut Okay, schade Naja Jawohl Ja, komm Du sollst sterben Und nochmal Bam Oh, das war gemein Warum geht ihr denn nicht hoch? Jawohl Jawohl Ah Und da Jawohl Zack Perfekt Ich denke mal Ich denke mal Die erste Stage Kriegen wir auf jeden Fall hin Die ersten 20 Level Bam Durch da Und Juhu Oh, was ist das denn? Das war jetzt unfair, oder? Da schmeißt es einfach ein Auto nach mir Alter Die tricksen ja richtig rum Oha Okay Das hat nicht so ganz funktioniert Jetzt steht das Auto da Das hat wohl noch gar nicht geladen gehabt Okay Oha Was ist das? Ja, genau Ab ins Flugzeug, oder was? Das ist ja lustig Boom Jawohl Oh, da oben ist der Stern Oha Nein Schade Habe ich nämlich nichts gekriegt? Aua Ich hoffe, ich behalte den Stern Ja, ich habe ihn gekriegt Okay Super Stern habe ich gekriegt Oh, was ist das denn jetzt, ey? Aua 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 Wie es immer gleich explodiert, ist so lustig, ey Jetzt klappt es nicht mehr, oder was? Nein Ich glaube, für manche Stages wirst du auch ein besseres Motorrad brauchen Da habe ich so einen Eindruck Oh, ey Ja, genau Ich habe noch so einen kleinen Bunnyhop hier Hup Hups Hups Also manchmal ist es echt ein bisschen problematisch Hups 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 Dann eben so Boah Dann nicht Oh, ist Also manchmal ist es echt gemein, ja Hups Hups Du musst genau Time Ah Und dann lässt er sich so schlecht lenken Wenn der Eimer in diesem Fall ist, dann ist er in diesem Fall War gut abgefedert So, und jetzt Zack Juhu Zack Super Geschafft Bamm Okay Oh, Dreizeilakt hier Yeah Oder war das gemein? Oh, war das gemein Und jetzt geht nicht weiter Das war so klar Äh Aua Konnte ich gerade nie mehr springen Boah Immer noch das letzte Stückchen, ne Was gibt denn gerade immer noch nach oben, ey Oh, ist das gemein Oh, ist das gemein Oh, ist das gemein, ne Oh, ist das so gemein, ne Oh, ist das so gemein, ne Wieder das letzte Stück, ey Aber jetzt komm Komm, und los Und los Zack Jawohl Ah, da wäre der Stern gewesen Ach, shit Na egal Wir schaffen es auch ohne Stern Ah, nein Das, deswegen Du kannst nicht mehr zurück Wenn der Eimer in diesem Winkel ist Ist es vorbei Oh, nicht schlecht Oh, ist das gemein Ich glaube, das letzte Stage So wie es sich anfühlt Und jetzt, ey Los geht's Oh, 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 oh Oh, nein Ich wusste jetzt gar nicht mehr, wohin Und eben so Auch nicht schlecht Gut, geschafft Okay, gut Erst einmal komplementiert Super Vehicles So, 5000 8000 Wir wollen uns gleich mal Die für 8000 Mal gespannt, ob die Sie sich auch gut anhört Die haben wir fertig Downtown So, die machen wir noch einmal Ich will gucken, wie sie sich anhört Äh Ich hab doch gar nicht gewählt Hä, die hat Das hab ich doch gar nicht gewählt Ich will hier raus Hier hab ich doch gewählt Kann das sein, dass er die vertauscht hat Hier steht nämlich Twiles Nochmal Kann sein, dass gerade nur so ein Bug war Ne Ist tatsächlich die falsche Maschine Aua Oh, Klarscheibe Alter Das ist schon die nächste Maschine Die für 10.000 Ah Wurden die Maschinen vertauscht Oh Hab ich's noch geschafft Ich hab's noch geschafft Okay Gut Ja, so geht das halt jetzt die ganze Zeit Aber der hat die Maschine vertauscht Hier Okay Der hat schon die nächste Freigeschaltet Alles klar Okay, die teuerste Maschine Ist 20.000 hier Die könnte man sich eigentlich auch kaufen Dann Hat er die da vorgenommen? Ne Der hat die genommen Schon die nächste Anstatt die Schade Oder die Die wurden vertauscht Das kann natürlich auch sein Aber Egal Okay Das war Art of Stunts Wenn dir das gefallen hat Lasst gerne mal einen Daumen hoch Und ein Abo Würde mich sehr sehr freuen Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder Macht's gut Tschüssi Kowski